Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 22. Januar 2024. Dominik Freusio-Marker Somm und Janik Güttinger. Und zwar geht es heute unter anderem um die AHV. Und es geht natürlich um die Initiative der Gewerkschaften für eine 30. Rente. Heute Pressekonferenz von der Bundesrätin Elisabeth Baumschneider. Das ist die zuständige Innenministerin. Sie ist SP, aber sie muss jetzt die Initiative bekämpfen. Janik Güttinger, du warst dabei, du hast die PK erlebt. Ja, wie macht sie es? Ja, zuerst hat es natürlich noch eine Information gegeben vorab, wo wir noch ein paar Zahlen und Fakten bekommen haben von der Verwaltung. Und nur schon die alleine haben eigentlich schon für sich gesprochen. Also die 13. AHV-Rente, die geht nicht als rote Zahlen. Und bei der Renteninitiative ist genau das Gegenteil der Fall, dass man die AHV länger sichern kann. Und bei der Pressekonferenz mit Frau Baumschneider ist das benähnlich gesehen. Sie hat vorgetragen, dass der Bundesrat beide Initiativen ablehne. Aber aus unterschiedlichen Gründen. Bei der 13. AHV hat sie gesagt, es sei wichtig, die AHV für künftige Generationen zu sichern. Und es sei wichtig, dass man da langfristig denkt und langfristig sichert. All die schönen Floskeln hat sie gebracht. Und dann hat sie natürlich gesagt, Frau Bundesrätin, Ihre Argumente türen eigentlich alle als Pro-Argument für die Renteninitiativen. Hört man da nicht recht mit unterschiedlich langen L-Mässe bei diesen Initiativen. Ja, und dann hat sie natürlich geantwortet, ja, bei dieser Renteninitiative geht es um einen Automatismus. Und das sei unschweizerisch. Und da gehöre ich auch einen Konsens dazu bei den Schweizer Lösungen. Und darum dürfen wir die ablehnen. Aber eigentlich, wenn man ihr das Ganze zugelassen hätte, dann müssen wir eigentlich Renteninitiative annehmen. Genau, und ein guter Kollege hat mir erzählt, als du deine Frage gestellt hast, haben sich alle sofort nach dir umgewendet. Man muss sagen, der Yannick Güttinger ist jetzt neu im Bundeshaus für den Nebelspalter. Das ist der erste Grund, dass sie sich natürlich umwenden, weil das ist wie im Zoo, wenn da plötzlich ein neuer Elefant kommt, dann schauen sie es da. Aber es ist natürlich noch viel wichtiger, dass das eben eine Frage war, die niemand sonst im Medienzentrum stellt, ausser eben jemand vom Nebelspalter. Weil auch die Renteninitiativen ist natürlich auch der anderen Medien. Ein Dorn im Auge, da sind sie auf der Seite von Baumschneider. Aber vielleicht noch einmal zurück zu den AHV-Initiativen der Gewerkschaft. Das ist ein ganzes Geur. Also sie ist ja natürlich dafür, sie wird auch dazu stimmen. Aber die Kollegialität erfordert, dass sie jetzt das ablehnt. Hat sie es glaubwürdig gemacht oder hat sie es so gemacht, dass man gemerkt hat, das ist jetzt schwierig? Ja, wie man es bei der Frau Baumschneider ein bisschen kennt, ist sie nicht so mega sattelfest. Also wenn ich meine Frage auf Deutsch gestellt habe, hat sie zum Beispiel auf Französisch geantwortet. Wer es interessiert, der kann das auf unserem Instagram-Kanal nachschauen, den ganzen Austausch. Und sie ist auch nicht ganz nachgekommen, was ich gefragt habe. Wir mussten eines noch nachfragen. Es war ein bisschen unsicher, aber ich würde sagen, insgesamt hat sie einfach das Nötigste gemacht. Das ist über die Bühne... Also sie hat es anständig gemacht. Sie hat es anständig gemacht, aber nach einer halben Stunde ist die Presenkonferenz vorbei gewesen. Und es ist jetzt nicht wirklich eine grosse Sache gewesen. Ich würde sagen, sie hat eigentlich die Pflicht erfüllt. Aber ich finde, weil ja bei ihrer Wahl im Voraus schon gesagt wurde, sie könne sogar Schweizerdeutsch usw. Ich finde, sie dürfte sich da ein bisschen mehr ins Zügelegen. Wenn ich meine Frage ja schon auf Deutsch stelle, dürfte sie auch auf Deutsch antworten. Genau, du hast ja immerhin Hochdeutsch geredet. Das ist ja nicht in deinem grauenhaften Dialekt, sondern eben Hochdeutsch. Hallo? Da haben wir wieder Protest von der gesamten Innerschweizer Front, die da eher einen furchtbaren Dialekt verteidigen wollen, was natürlich keinen Grund gibt. Bitte, Zuhörerinnen, Zuhörer, dünn unter drei Kommentar rein, ob sie lieber Luzerner, Innerschweizer, Zentralschweizer Dialekte haben oder ein Markus seines Aargauer-Deutsch. Genau. Die Schlacht gewinnen wir locker. Mit einem Ostschweizer Akzent, das ist noch viel schlimmer. Grauhaft. Gut. Nein, aber wir gehen jetzt mal noch, Dominik, wir gehen jetzt mal auf die Argumente ein, die es so gibt. Ich habe heute auch ein Memo geschrieben über die AHV und da ist noch interessant, sehr viele Reaktionen. Und zwar viele Reaktionen, die so anfangen, ja, ich bin ja normalerweise immer, und nicht immer, aber meistens eher meinig, aber jetzt nicht. Jetzt stimme ich zu. Auch ein Eindruck, den ich hatte, im halbes Götli, bei einem Freitag im halbes Götli, oder halbes Götli Taggsi von der SVP, vom Kanton Zürich. Und auch dort muss ich sagen, hat es noch recht viel gegeben, die gesagt haben, ja, nein, ich stimme dazu, wir haben so viel Geld schon, ins Ausland gehen, warum können wir jetzt nicht mal für uns etwas nehmen? Gut. Jetzt die wichtigsten Argumente, erstens ist natürlich mal einfach die finanzielle Entwicklung. Man geht davon aus, dass das würde uns kosten, 5 Milliarden pro Jahr. Das ist ein wahnsinns Betrag, man könnte uns das nicht leisten. Wie sind eigentlich die finanziellen Perspektiven von der AHV? Die sind, je schlimmer, je länger raus, dass du das anschaust, oder? Also wenn du nur bis 2030 rechnest, oder 2035, dann haben die Gewerkschaften, ja, irgendwo daraus stimmt es, dass es bis dann, die Lage noch nicht so schlimm ist. Und das hat aber damit zu tun, dass man die Lohnbeiträge erst gerade raufgetan hat. Und jetzt, mehrwertsteuer auch noch raufgetan hat für die AHV. Richtig schwierig wird es, wenn dann die geburtenstarken Jahrgänge in Richtung jedes Jahr in Masse in die Pensionierung gehen. Also das ist unter Umständen dann natürlich dann du vielleicht, oder auch ich irgendwann. Genau, wir sind ein Babyboomer, also bei du nicht mehr und ich eben auch nicht mehr. Aber stimmt, das ist natürlich klar. Und letztlich, wenn man es ausrechnet, bis 2050 ist das klar, wir können uns das nicht leisten. Es kommt ein bisschen auf die Wirtschaftsentwicklung an, je nachdem, ist das, was dann an Schulden angehäuft wird, 150 oder 200 Milliarden. Ein anderes Argument, das ich gehört habe, auch der Pierre-Yves Maillard hat das gebracht, am Freitag bei der SVP. Ja, wir haben ja Reserven in der AHV bis über 50 Milliarden. Das ist ja eigentlich das Geld, das wir hier haben. Das würde auch noch lange. Ja, auch diese Reserven haben wir natürlich, weil wir mehr Einnahmen gesprochen haben in der Vergangenheit. Also es hat angefangen 1999 mit dem Demografieprozent und so weiter, dann eben mehrere Revisionen, wo man immer mehr Geld gesprochen hat und man hat auch mal noch einen Teil von der Goldreserve dort hineingeschmissen, oder in den Topf. Und darum ist im Moment dort Geld drin. Aber eigentlich ist es nur knapp, weil gemäss Gesetz müsste eine ganze Jahresgabe, wie es so wunderschön heisst, also die Ausgabe von einem ganzen Jahr, von allen Rentnerinnen und Rentnern, die sie sollten bekommen, die müsste eigentlich drin sein. Das ist im Moment der Fall, aber das ist nicht mehr der Fall, wenn man 5 Milliarden pro Monat, pro Jahr ausgibt. Vielleicht wird es nicht noch pro Monat, weil auf die 13. Rente kommt dann die 14. und die 15. Was auch noch sehr häufig angesprochen wird, ist, ja, also eben, die Krankenkassenprämien sind wahnsinnig hochgegangen. Also übrigens, das zeigt ja, wie unglaublich erfolgreich, dass der SP letztes Jahr die Krankenkassenprämie zum wichtigsten Problem von der Schweiz hochgefahren hat. Ich meine, vorher in den Vorjahren hat ja irgendein Alain Berset durch ein bisschen, ja, man kann schon sagen, ein bisschen Manipulation und geschafft, dass die Prämien nicht so hochgegangen sind, dass es so schlimm ist, sind es auch wieder nicht in den letzten paar Jahren und der wichtigste Faktor für mehr Kosten sind ja eigentlich eine Menge Ausweitung. Also das heisst, wir konsumieren immer mehr. Es ist nicht so, dass die einzelnen Sachen viel teurer geworden sind. Das ist mal der erste Punkt. Aber Krankenkassenprämie kommt, dann wird gesagt, ja, und der Lohn ist überhaupt nicht gewachsen und jetzt noch die Zinsen und überhaupt dann natürlich den Strompreis und noch den Gaspreis. Wie schlimm steht es um unsere Rentner? Es ist so, dass der Staat, die den Themen, die du erwähnt hast, klassisch versagt hat. Er hat immer noch mehr reguliert oder hat keine Reform durchgebracht. Im Gesundheitswesen zwölf Jahre lang keine entscheidende Reform vom Alain Berset. Und ja, die Folgen sind schon so, dass es für gewisse Leute schwierig ist, aber das ist ganz ein kleiner Teil von den Leuten. Und für die gibt es Ergänzungsleistungen. Es ist einfach nicht so, dass Rentner bei uns irgendwie betteln und im Güssel stöbern Das stimmt einfach nicht. Es geht ihnen gut und das Armutsrisiko ist für Leute vor der Rente, insbesondere für alleinstehende Frauen, viel grösser. Genau, man muss mal die Zahlen nachschauen. Das sind 220'000 Leute in der Schweiz, die wohnen in der Schweiz, das kommt man gar nicht der Ergänzungsleistungen über. Das sind 220'000 Leute, die AHV beziehen, aber zu wenig überkommen, dass sie gut leben können. Da reden wir auch von der zweiten Säule, das wird natürlich auch berücksichtigt. Und die kommen der Ergänzungsleistungen über. Aber das sind 220'000 Leute, das sind genau 12,5% von allen Rentnern. Also 87,5% von unseren Rentnern haben nicht so grosse Probleme oder keine Probleme. Und das ist ja eigentlich meiner Meinung nach das Hauptargument gegen die absolut unsinnige, verheerende Renteninitiative der Gewerkschaften. Wir machen da wirklich eine unglaublich grosse, grosse Kasse auf und geben Geld für Leute, die wirklich einfach kein Geld brauchen. Das ist Sergio Ermotti, der einen guten Lohn hat und auch eine gute Rente wird haben. Das ist ein Christoph Blocher, der auch genug Geld hat. Das ist nicht nötig und das ist wirklich Unsinn. Gut 13. die Rente allen Leuten geben, die es gar nicht brauchen. Wir haben ja genau aus dem Grund die Ergänzungsleistung. Und was mich wirklich staubig macht, ist ein bisschen das, die Linken sollen einmal endlich aufhören mit ihrem Sozialstaat. Sie haben ihn so massiv aufgebaut. Wir haben heute kein Posten im Bundesbudget, der grösser ist als der Sozialstaat. Das ist 25 Milliarden, die allein der Bund jedes Jahr ausgibt. Und da könnte die Linken auch mal sagen, danke, wir haben alles erreicht, tiptop, der Schweizer Sozialstaat, der ist gut und das ist offensichtlich so. Es reicht jetzt. Aber wie so ein pavlovschen Hund müsste die ganze Zeit wiederkommen. Ich möchte nochmal eine Rente. Es ist furchtbar. Sie wollen natürlich die Volkspension in Schweden nicht mehr gilt, weil sie nicht finanzierbar war. Aber du hast vorhin erwähnt, das, was zieht, gerade auf der rechten Seite ist das emotionale Argument, Bauchargument. Da kannst du nur so mit zahlen kommen, das funktioniert nicht. Man will irgendwo durch diesen Eliten in Bern auch etwas auswischen für ihr Versagen in der Gesundheitspolitik, für ihr Versagen auch in der Asylpolitik. Das muss man schon sehen. Das höre ich rechts von der Mitte auch ziemlich viel und ich verstehe das irgendwie und du weisst auch, die direkte Demokratie ist ja so ein Blitz am Leiter. Wenn man so eine Show von Amherd und Gassi in Davos letzte Woche gesehen hat, die völlig jenseits der Sorgen und Ängste der normalen Menschen in dem Land unterwegs sind. Jetzt fliegt Ignacio Gassi nach New York, sich dort im Sicherheitsrat inszenieren, wird dort wieder erzählen von den 6 Milliarden, die die Schweiz ausgeben will, um die Ukraine wieder aufzubauen. Es ist einfach wahnsinnig und dann muss man sich einfach nicht wundern. Es ist eine steile Vorlage. Absolut, das haben wir schon besprochen. Wer einfach auf Davos geht und das Portemonnaie auftut und das Gefühl hat, das ist sein Geld und einfach noch schnell 6 Milliarden nachrührt, wie Ignacio Gassi Tiefpunkt von seiner Karriere. Ein Tiefpunkt, wo er sich merken muss, es geht gar nicht, dass er einfach so 6 Milliarden verteilt und mehr. Wir wollen jetzt eine Kampagne führen gegen Initiativen, die uns jedes Jahr 5 Milliarden kostet. Ich meine, ich habe es schon mal gesagt, er ist von allen guten Geistern verlassen und seine Berater sollten so schnell wie möglich loswerden, aber das ist ein anderes Thema. Aber was noch wichtig ist, an die Leute, die du erwähnt hast, die auch einen legitimen Ärger haben, über die politische Elite, die mit beiden Geld ausgibt. Ich meine, unser Staat ist so gross wie noch nie, weil sie nämlich die ganze Ausgabe machen, die wir gar nicht wollen, oder gar nicht zugestimmt oder gar nicht bewilligt haben. Sie sind nämlich unsere Angestellten, nicht umgekehrt. Aber wer die will, der macht wirklich das Falsche, wenn er zustimmt, weil er gibt ihnen noch mehr Geld. Er gibt ihnen noch mehr Geld. Schaut, was die SP will. Und die SP ist die Superpartei der politischen Elite. Die politische Elite denkt ja zu einem grossen Teil heute schon wie die SP. Also wer wirklich wirklich der politischen Elite etwas auswischen, der darf hier nicht zustimmen, sondern er macht genau das, was sie wollen. Sie wollen immer Geld, sie wollen Geld, sie wollen Geld, sie wollen Geld, ob das für unsere Grossmutter ist oder für einen ukrainischen Flüchtling. Nehmt dem Staat und der politischen Elite das Geld weg und da macht ihr in dem, dass ihr Nein einstimmen. Ja, oder es tut mir halt leid, man hätte halt sollen wählen. Die Wahl von den Parlamentariern ist letztlich die Grundausrichtung für vier Jahre. Und das muss ich schon sagen, die, die jetzt so argumentieren, ich frage die alle, was hast du denn gewählt, letztes Oktober, und dann wird es interessanter. Genau, wählen die Leute ab, wählen den Inazo Cassis ab oder Viola am Herd, dann wird nicht mehr so viel Geld ausgeben und sicher nicht in dem, dass er so eine verschwenderische, falsche Initiativen unterstützt. Gut, wer immer noch gut schlafen kann, schlaft wahrscheinlich gut, weil er einfach eine gute, ich weiss auch nicht, eine gute Konstitution hat, aber die Zeiten sind hart und der Schlaf ist eine ganz mangelhafte Erscheinung für gewisse Leute. Deshalb diese Information. Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer von den 11 Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch Ja gut, und jetzt müssen wir wieder mal einen SVMP-Bundesrat wirklich loben. Das ist Guy Parmelin, der nach langer, 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 langer Zeit wieder einmal einen Erfolg hat in der Aussenwirtschaftspolitik. Nehmen wir ein Freihandelsabkommen mit Indien. Indien ist immerhin eines der grössten Länder der Welt, ist jetzt das bevölkerungsreichste Land sogar von der Welt und ist ja wirtschaftlich auf einem ganz guten Weg. Das blüht, das boomt, das ist ein Riesenerfolg. Dominik, und wo geht's? 16 Jahre lang, 16 Jahre lang hat man verhandelt und schon vor Weihnachten, gerüchteweise, ist es vorwärtsgegangen, plötzlich, weil man sich insbesondere mit dem Thema Geistiges Eigentum näher gekommen ist. Das ist lange eine ganz schwierige Debatte gewesen, weil Indien eine grosse Generika-Industrie hat, also die Medikamente, die Patenten abgelaufen ist und hat sehr viele so Sachen produziert, kopiert auch. Das ist aber einen Schritt mehr weitergegangen, es ist auch eine interessante Pharmadestination geworden und darum ist plötzlich die Stimmung ein bisschen anders und darum ist es möglich. Und in einem Interview beim Tagesanzeiger also in der Sonntagszeitung Saitegi Parmelin tut natürlich anständig wie er ist, sagen es ist auch wirklich so, Seko hat 16 Jahre lang verhandelt, es hat weit vor seiner Zeit angefangen, es hat Geduld gebraucht, aber er findet auch, es ist ein Durchbruch und es kommen jetzt bereits Argumente, ja es ist ganz schlimm, Indien wird da, der Freihandel wird nur der Schweiz nützen und nicht Indien und so, man tut das schon wieder anzweifeln, weil man einfach bei den Medien natürlich nicht hat und weiterhin tun wird. Ja genau und ich meine das sind natürlich auch wie die meisten Journalisten eine linke Journaliste und denen passt es sowieso nicht, wenn wir andere Abkommen machen, als die bilateralen Abkommen mit der EU. Die Rahmenverträge. Die Rahmenverträge, das ist ein Heiligtum, das ist immer gut, alles was wir machen bei der EU, jedes Mal wenn wir uns unterwerfen, dann wird klatscht in unseren Medien und jedes Mal wenn wir einen Schritt machen, wo unsere Abhängigkeit von der EU, die übrigens nicht so gross ist, wie man behauptet wird, wenn die Abhängigkeit ein bisschen relativiert wird, dann ist es nicht so etwas, was so erfreulich ist. Wobei gleichzeitig muss man auch mal einfach mal feststellen, die Freihandelsabkommen das ist sehr gut, aber wir haben auch die WTO, eigentlich ist das nicht mehr das grösste Problem, das unsere Industrie oder unsere Wirtschaft hat. Freihandelsabkommen, wie gesagt, ich bin für alle, solange man nicht die indischen Gesetze übernehmen und das ist ja glaube ich nicht drin, also der Guy Barmore hat nicht an der Personenfreizügigkeit mit Indien nicht einräumen, damit wir unsere Sachen verkaufen in Indien während bei den Europäern französischen Merkantilismus der Golbert hat die Tränen in den Augen, die EU ist immer mehr ein merkantilistisches Unternehmen aus dem 18. Jahrhundert, wo man wirklich überhaupt etwas verkaufen muss man gerade irgendwie das ganze Gesetz übernehmen und so weiter. Ja, man muss vielleicht bei der EU auch 16 Jahre verhandeln, also ich meine, das ist ja absolut, bis man das bekommt, was wirklich beide Seiten dient, aber das ist das Perplexe, oder? Ignacio Cassis, der will das bis im Sommer erledigt haben, diese Rahmenverträge, das ist etwa 16 Wochen, oder? Weil man sich einfach die Zeit nicht nimmt für gute Verträge und dass das schlecht rauskommt, wissen wir eigentlich. Genau. Jetzt gehen wir wieder zu einem anderen Land, das uns auch ab und zu Sorgen macht, nicht nur die Schweiz macht uns Sorgen, sondern auch Deutschland Sorgen macht uns Sorgen. Deutschland hat es grosse, riesengroße Demonstrationen gegeben, wobei die Zahlen, weiss man nicht, ob die stimmen, weil es ist immer so, wenn die Leute demonstrieren, die man gut findet, dann sagen die Medien, es waren ganz viele Leute und wenn die anderen demonstrieren, die man nicht so gerne hat, dann sind es ganz wenige, das ist klar, aber immerhin, es hat riesen Demonstrationen gegeben gegen die AfD, Dominikos ist da zu sagen. Ja, ich habe es noch verrückt gefunden, du musst dir vorstellen, der Bundeskanzler Olaf Scholz hat aufgerufen, also die Regierung rüft zu Demonstrationen zur ausserparlamentarischen Opposition auf, das ist komplett absurd, es hat grosse Demonstrationen gegeben, das ist so, aber gleich, es ist ein kleiner Teil der Bevölkerung, der das irgendwie mitgenommen hat und das Zweite, was ich noch bemerkenswert finde, bei diesen Demonstrationen sind dann einerseits linksextreme, gewaltbereite Antifa mitgelaufen, also weisst du, Demonstrationen gegen rechts heisst immer Verharmlose von Linksextremismus und auch Verharmlose von Antisemitismus, also in einer Stadt hat eine Initiative gegen Antisemitismus die Ansprache abbrechen, weil sich so bedrohlich vor der Bühne Palästinenser-Komitee breit gemacht hat und das irgendwie überhaupt nicht gut gefunden hat, also gegen rechts sein ist auch offensichtlich für islamischen Extremismus sein. Was sind denn eigentlich die konkreten Forderungen von den Leuten, die da demonstrieren? Titel dieser Demos war immer AfD bekämpfen, alle zusammen gegen die AfD oder irgendwie Nazis raus, gemeinsam gegen Hass und Hetze. Es ist alles so ein bisschen ungefähr, aber was diskutiert wird in Deutschland ist ein Verbot von der AfD und zwar natürlich, weil sie in Umfragen bei 20 in gewissen Bundesländern über 30% macht. Genau, das ist ein bisschen zum Thema Demokratieverständnis in unserem nördlichen, ich würde sagen nördlichen Bundesland, so ist es nicht. Gott sei Dank. Nein, aber ich meine, es ist ein No-Brainer, das geht nicht. Für Parteien tut man nicht verbieten, sondern die Demokratie ist jeder, die eine Partei gründen und mit legalen Mitteln, das heisst ohne Gewalt für seine Sache einsteht, der kann sich zur Wahl stellen, das ist ja eigentlich die Grundlage der Demokratie, es könnten ja, hätten ja zum Beispiel unsere Liberalen 1848 einfach KK verbieten können, die Katholiker dürfen nicht mitmachen, die Stimmung ist aber wahrscheinlich auch so gewesen, nur im Aargau, man hat gerade einen Bürgerkrieg, ja, da hast du im Fall recht, wobei ich möchte es mal so betonen, ich muss es gleich noch betonen, ich bin nicht Aargauer, ich bin wirklich in Aargau, aber im Aargau da hast du vollkommen recht, im Freiamt, das ist ja ganz eine wichtige Strömung gewesen, eigentlich für die Demokratie und da hat man ja einfach Klöster aufgehoben, das ist vollkommen illegal, nein, völlig richtig, das ist etwa so gewesen wie der Geist in Deutschland jetzt, aber immerhin, bei uns ist es jetzt 175 Jahre her und in Deutschland ist das immer noch aktuell und es ist eben nicht nur einfach vom Demokratieverständnis her absolut falsch, es ist auch falsch, wenn man die Partei wirklich bekämpfen will, die wird natürlich nur stärker so. Natürlich wird sie nur stärker so und es sind bald Wahlen und das ist einfach, es ist komplett absurd, es zeigt irgendwo durch, wie da läuft etwas, wo letztlich komplett ins Umgekehrte kommt. Ich meine, das wird, glaube ich, AfD-Anhänger eher noch mobilisieren, Deutschland ist wirklich an einem ganz schwierigen Punkt und es hat natürlich auch mit dem kompletten Politikversagen von dieser Ampelregierung zu tun, oder? Also da werden auch Sachen verboten, jetzt ist sie halt noch bankrott, die Regierung, weil sie ein tolles Bundesverfassungsgericht einfach festgestellt hat, was erlaubt ist und was nicht und darum, die, die noch Politik machen wollen, müssen sich entscheiden, den Bürgerinnen und Bürgern ein gescheites Angebot zu machen und das ist ja lustig, auch die CDU, die ja Opposition wäre, nimmt die Chance in meiner Hals noch viel zu wenig wahr. Genau und ich meine, man muss sich einfach noch einmal vor Augen führen, was ist eigentlich der Vorgang? Der Vorgang ist, dass eine politische Elite, jetzt die deutsche politische Elite und da gehören langsam alle dazu, ob es jetzt eben die CDU sind, SPD oder Grüne oder FDP, die politische Elite hat jetzt ziemlich lange eine Politik gemacht, die sehr, sehr viel Misserfolg gebracht hat. Die Energiewende funktioniert überhaupt nicht, ist dafür unglaublich teuer gewesen, man hat eine Migrationspolitik gemacht, wir schaffen das, wo absolute Katastrophe geworden ist, Kriminalität ist hoch, die Integrationsschwierigkeiten sind enorm, man hat jetzt den Antisemitismus wieder in Deutschland neu eingeführt, seit 1945 ist das vorher nicht mehr der Fall gewesen und man hat jetzt auch noch eine Wirtschaft, die nicht mehr funktioniert, weil die politische Elite versäht hat und der Punkt normalerweise in der Demokratie ist, du kannst die abwählen, die es halt schlecht machen, so ist es halt im Leben und was macht jetzt die Elite, das passt denen nicht, so wie es Louis S. auch nicht gepasst hat, dass da Leute gefunden haben, nein du König kannst jetzt gehen und was macht die Elite, sie sagt einfach alle, die gegen uns sind, sind Nazis. Gut, okay und wir verbieten euch. Das ist Demokratie im Jahr 2024 in Deutschland, ganz ganz finstere, finstere Situation. Gut, wir gehen zu einem letzten Thema, Taschendieb, Taschendieb in Zürich. Ja, es ist eine Geschichte, die glaube ich Pars pro Toto für vieles steht. Wir haben eine Zunahme von Diebstähl und Raub in der Öffentlichkeit, aber jetzt das ist schon etwas Spezielles. Im Zürcher Hauptbahnhof haben sich Dieb an ihre Opfer hantanzt, also hantänzelt, nahe kamen und dann Taschen ausgeraubt. Und es sind gemäss Medienmitteilung sind es 19- bis 35-jährige Männer aus Marokko, Tunesien und Algerien. Ja. Gut, ich bin jetzt überrascht, ich habe nicht gewusst, dass die so gut tanzen können. Im Maghreb hättest du nie mit Maghreb hättest du gesagt, die sind irgendwie aus Nigeria, hätte ich gesagt, ja ist klar, die können auch noch gut tanzen, aber die Algerien, Entschuldigung, also wer da reingekommen, muss ich sagen, ist irgendwo selber die Schuld, dass ich auch schauen kann, wie die Leute tanzen. Aber grundsätzlich zeigt es natürlich unser Problem, das wir natürlich genauso haben. Wir haben uns ziemlich viel Kriminalität einfach importiert, weil wir so liebe Menschen sind und weil die Linken gesagt haben, das ist gut, das müssen wir haben. Viel Kriminalität ist anscheinend auch ein Linkes Ziel, ich weiss nicht warum, aber es ist jetzt so. Wir töten morgen, haben wir wieder Bern einfach, dann werden wir sicher über New Hampshire schon ein bisschen reden, aber die Ergebnisse von New Hampshire sind eine relativ wichtige Vorwahl, weil es wahrscheinlich fast die letzte Vorwahl ist, wo Donald Trump muss bestehen. Wahrscheinlich werden wir erst am Mittwoch über das reden, je nachdem, werden wir aber morgen sicher mal thematisieren, um was geht. Das war es auf Bern einfach auf dem Nebelspalter.ch mit Dominik Freusi, Max Homm und Janik Güttinger. Ihr könnt uns abonnieren, auf nebelspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Ihr könnt uns weiterempfehlen, ihr könnt euren Freunden erzählen von uns und ihr könnt uns höch bewerten. Und da müssen wir jetzt mal eine Gebrauchsanleitung machen, weil viele Leute fragen mich immer, wie kann ich euch eigentlich bewerten? Dominik, wie kann man das? Ja, das ist eben der Witz, auf nebelspalter.ch kann man zwar den Daumen nach oben drücken, aber das, was du meinst, ist etwas anderes. Wenn ihr uns nämlich hört auf Spotify oder Apple Podcasts, dort müsst ihr uns höch bewerten. Dort kann man nämlich jeden Podcast, jedes Angebot bewerten und das führt dann dazu, dass der Algorithmus uns gnädiger ist, also dass mehr Leute uns vorgeschlagen bekommen, weil wir so gute Bewertungen haben. Ihr werdet sozusagen zu Multiplikatoren vom gesunden Menschenverstand und denkt daran, niemand muss sich entschuldigen, dass er nicht links ist. Genau, so ist es und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war bärneifach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.